Herzlich Willkommen bei den Rechtsanwälten Bäumer und Weisensee in Einbeck. Seit 1987 beraten wir Sie kompetent und erfahren bei Ihren rechtlichen Problemen und das sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich. Wir bieten eine umfassende rechtliche Vertretung und Beratung für Privatpersonen sowie Handel, Dienstleistung und Handwerk auch über die Region Einbeck hinaus. Dabei legen wir größten Wert auf die individuelle Betreuung unserer Mandanten, eine persönliche Beratung sowie Kontinuität der Mandantenbeziehungen. Die praxisnahe Lösung Ihrer Probleme unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Notwendigkeiten steht für uns zu jeder Zeit im Vordergrund. Unsere Leistungsfähigkeit wird durch insgesamt fünf Fachanwaltschaften bestätigt. Zu unseren Kernkompetenzen zählen das Strafrecht, das Verkehrsrecht, Familienrecht und Arbeitsrecht, aber auch das Recht um Mietwohnungen und Wohnungseigentümergemeinschaften und schließlich das Sozialrecht. Über ein Netzwerk sind wir deutschlandweit mit renommierten Anwaltskanzleien verbunden, damit wir unsere Mandanten auch bundesweit vor Gericht in guten Händen wissen. Wenden auch Sie sich an unsere Kanzlei für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Unsere Rechtsanwälte vertreten und beraten Sie gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.